Sie gehen hier schon früh in Führung, damit haben sie erstmal alles im Griff. Und damit haben wir den ersten Treffer, jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Er ist frei, da kann was draus werden. Und da hat es das Tor. Hier steht es, 2 zu 0, sieht alles ziemlich gut aus. Der Belebe der Chance, vor dem Tor, also da zeigen sie heute eine Menge. Das nächste, das nächste und damit sind sie hier schon mit drei in vorne. Sanchez. Gefährliche Szene. So, das nächste Tor und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, vier Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. So, jetzt fahren wir bitte die Tore. So, jetzt ist es jetzt. Die Tore. So, jetzt ist es, jetzt ist es. Vielen Dank.